Guck dir mal den riesigen Berg da an. Boah. Da müssen wir jetzt unbedingt drauf, Nina. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spielmeer Apps und Games. Das heißt mal wieder, Nina und Kahn sind am Surviven. Wir spielen in Überlebensmodus bei Minecraft. Ja. Kahn rückt sich gar nicht von der Stelle. Und ist irgendwie erstarrt. Hallo? Ich hab was, ich muss sowas trinken, sorry. Achso, ich seh das sein, hey. Ja, wenn du mich nervst, dann passiert das halt, Nina. Leute, es ist wieder soweit. Ich muss, ich muss ehrlich gesagt, das ist ja wahrscheinlich die letzte Folge, die wir jetzt in dieser Welt hier spielen. Das könnte durchaus sein, wir sind nämlich schon etwas gelangweilt von der Wüste und möchten gerne aus der Wüste raus. Nein, wir schauen jetzt, wir machen jetzt erstmal hier weiter. Ich würde sagen, wir machen das eigentlich bis wir richtig sterben, Nina. Es ist ein letztes Überleben. Wir sind voll gut im Überleben geworden, oder? Wir sind einfach zu gut, Leute. Wir sind von den Überlebensprofis. So, wo sind wir denn von letzt, äh, wo sind wir denn letztes, von wo sind wir denn gekommen? Oh, guck mal, Enderman, oh oh. Nicht hingucken. Nicht hingucken. Einfach weg. Wo denn? Da, rechts. Keine Ahnung. Habe ich nicht gesehen. Er ist schon wieder weg. Und hinter uns. Na egal, wir lassen ihn einfach. Wir lassen ihn in Ruhe. Wir lassen ihn in Ruhe. Lauf! Wenn du ihn nicht siehst, noch besser. Ja, ich glaube, wir müssen hier erstmal wieder aus der Wüste irgendwie raus, Nina. Ja, ich folg dir mal. Oder sag du's. Folg mir. Komm mit, folg mir. Folg mir. Da war gerade dieser Brunnen, ne? Da haben wir ja letztes Mal gestoppt. Ja, guck mal, hier ist noch ein Tempel. Aber ist das der Tempel, den wir letztens gesehen hatten? Oh. Oder ist das der Tempel? Weiß ich nicht. Da können wir ja prüfen direkt. Also wenn ich was nicht kann, ist das ähm... Ne. Hier waren wir noch nicht. Hier waren wir noch nicht. Noch einer. Wir prüfen erstmal hier in der Umgebung, ob hier irgendwo ein Zombie oder eine Spinne ist. Ich guck mal rein. Ich hör auf jeden Fall nichts, aber... Ne, ich auch nichts. So, äh, nicht rein. Oh Gott. Ich wollte jetzt gerade abbauen. Nicht da rein. Nina! Ich mach auch nichts. Ich guck nur runter. Nina! Ich hatte voll Angst gerade um dich. Wieso, dass ich da reinfalle und tot? Nein, deine Figur sah so aus. Also dein Skin, ob er da reingeht, weißt du? Achso. Ich baue hier unten erstmal die Eisenplatte an, dann kannst du auch nach unten kommen. Oder ich sammle hier wieder alles ein und schmeiße es. Ich wollte gerade sagen, wenn ich runterkomme, dann gehe ich kaputt. Ja gut, dann bleib oben. Ich gucke zu von oben. Ja. Ich spioniere dich und bleib Sachen auf dich. Es gibt ein neues verzaubertes Buch. Ich weiß aber nicht, wie wir die nutzen können. Rüstung hattest du schon, ne? Fürs Pferd? Ja. Ja. Ich habe eine diamantene Pferderüstung. Ich habe jetzt noch eine goldene, aber die brauchen wir nicht. Schreibt uns nochmal in die Kommentare. Habt ihr, habt ihr. Habt ihr schon? Ja. Hab ich gar nicht gesehen. Wir brauchen einen Sattel auf jeden Fall. Einen Sattel? Ist da noch ein Sattel? Ne, ich habe leider keinen gefunden. Und mit dem links war das gar nicht so falsch. Ich weiß auch nicht, womit man einen Sattel machen könnte. Aus Leder? Crafty? Wahrscheinlich. Ja, stimmt. Sehr gut. Das heißt, wir müssen Kühe finden. Ist hier jetzt gerade nichts so interessantes dabei. Keine Gegner, nur ab mich. Also diese Welt ist voll mit Tempeln. Ja. Also da war jetzt unten nichts interessantes. Nö. Ich könnte dir ein Buch, nimm mal ein Buch mit. Ich habe keinen Platz. Behalt es einfach. Ehrlich? Ich habe auch bald keinen Platz mehr. Egal. Ich habe keinen Platz. Ich habe dreimal Leder. Ich habe keinen Platz. So, wir müssen mal hier aus der Wüste jetzt langsam raus. Nina, komm. Ich möchte mal ein bisschen hier Action erleben. Noch mehr Action? Klar. Dann gehen wir bestimmt drauf. Ne, wir gehen jetzt hier in dieses öde Gebiet. Ne, wir gehen jetzt rein. Ich auch. Ja. Das sieht total lustig aus, wie du läufst. Ja, ich springe. Holali, holala. Ich bin eine Waldfee. Oh, das zackt. Gibt es eigentlich auch ein bisschen Musik mal bei Minecraft, oder ist das nur so Hintergrundatmosphäre? Nein, es gibt auch Musik, die haben wir jetzt aber ausgemacht. Ach ja, stimmt. Damit unsere Zuschauer... Die spielen nie mit Musik. Also wir hören die Musik nicht, ihr hört sie, aber wir hören sie jetzt natürlich nicht. Ne. Oh, toll, hier ist eine Schlucht. Da ist Kohle. Vielleicht kann man da irgendwie rein. Ja, kann man auch auf jeden Fall. Da gibt es bestimmt Möglichkeiten. Möglichkeiten und Wege. Ja. Ja. Ja, ich habe Höhenangst. Ja. Okay, hier ist es noch ein bisschen zu hoch. Es könnte auch sein, dass wir uns unseren Weg hier runter bauen müssen, Nina. Könnten wir nicht einfach ins Wasser springen? Kann man auch, ja. Ist hier denn irgendwo Wasser? Da hinten ist Wasser. Nein, du kannst auch hier runter springen. Das geht. Ich bin jetzt Wasser. Ja, oder so. Ich habe hier auf jeden Fall schon mal einen gefunden mit meinem Schmidt. Schöne Schlucht. Geronimo! Sollen wir ein Foto hier gleich in der Schlucht machen? Ja. Wenn ich hier mal rauskomme. Ein schönes Foto. Ein schönes Foto machen wir hier. Soll ich weiter nach hinten? Ja, hier zu mir. Hier der Hintergrund sieht schön aus. Okay. 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 Wir machen hier immer ein paar Erinnerungsfotos, Leute. Fürs Familienalbum, sagen wir immer so schön. Ja, das ist verständlich. Die Fotos hier, die Erinnerungsfotos. Füttelein. Ich kann die Kohle gar nicht mehr einsammeln. Hast du so viel? Das habe ich denn alles eingesammelt für den Schrott unterwegs. Nur Schrott. Schwarzpulver habe ich. Kohle, Feuerstein. Ja, das kannst du alles gebrauchen. Also das nicht. Goldene Pferderüstung. Ja, eine Pferderüstung kannst du ja wegwerfen. Was ist denn besser? Diamant, ne? Ja. Das wusste ich früher zum Beispiel gar nicht. Ich dachte immer, Gold wäre hier besser bei Minecraft. Leder, Steak, Eisenerz, rohes Hühnchen, Werkbank, Diorit, Stock, Bruchstein, Samt, rohes Rindfleisch, Pils, goldener Apfel, weiße Wolle, Goldbarren. Oh Gott, ein Zombie. Ein Zombie ist hier. Was? Im Wasser, alles gut. Der kommt hier nicht raus. Wo bist du denn? Ich bin schon hier. Es wird langsam dunkel. Ja? Ja. Nee, ich gehe hier rein. Guck mal, hier ist auch ein Lava. Bist du beim Wasser oder bist du auf der anderen Seite? Nee, ich bin schon Richtung Wasser gelaufen. Ach, im Wasser? Aber hier ist nicht wirklich viel. Hier ist auch Lava, deswegen besonders vorsichtig sein. Ich bin auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite ist nichts mehr. Und es wird richtig dunkel. Wir müssen uns was bauen. Nein, das ist doch noch hell. Was? Bei mir ist das total dunkel. Ja, es wird gleich, weil es hier auch in eine Sackgasse geht. Deswegen vielleicht. Ich muss raus. Wie kommen wir hier raus? Wieder einfach zurück. Ich bin ja gesprungen. Du bist ja hier über die Steine, ne? Ja. Oh, tatsächlich, es wird ja schon dunkel. Nein, es wird nicht dunkel. Ich dachte, drinnen wird so. Wo bist du? Bist du nach hinten gegangen, Dida? Ja. Du kannst dir da ja ein Quartier aufbauen, dann komme ich da jetzt rein. Nina ist völlig verzweifelt und weiß nicht, was sie tun soll. Ja. Ich habe nur vier Erde. Und Sand. Das Sand kann man nicht so gut bauen. Ja, ich habe ein bisschen was. Obwohl, man kann doch... Hier, ich baue uns hier eine kleine Wand. Mit dem, was uns Minecraft hier gegeben hat. Jetzt muss hier nur noch das Bett reinpassen. Hast du noch Sand? Nein, da brauchst du nicht. Da haben wir doch keinen Platz gleich. Hm? Da haben wir doch keinen Platz. Das ist nur abgefallen. Ich mache hier unten ein bisschen frei. Zeig. Ja, sehr schön. Ja, guck doch mal. Das sieht doch... Und dann müssen wir hier noch zu machen. Ja. Denn, soweit es dunkel wird, müssen wir schlafen gehen. So, wir können uns schlafen legen. Das meine ich. Jetzt müssen wir... Oh Gott, du hast dich ja schon hingelegt. Hast du gesagt, wir sollen schlafen? Ja, ja, alles gut. Soll ich wieder aufstehen? Nein, 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 nein. Ich baue mir nur meinen Platz hier ein bisschen besser. Damit ich nicht wieder beim... Beim... Im Schlaf sterbe. Ich baue mir mal ein Bett hier hin, deswegen... Gehst du aber noch? Ja, mache ich. Alles zu? Alles safe? Gut, dann kann ich jetzt schlafen gehen. So, ich hoffe, es passiert nichts im Schlaf. Ne, es ist nichts passiert, Gott sei Dank. Wir leben noch. Glück gehabt. Ja, cool. Dann gehen wir mal wieder nach oben, würde ich sagen. Die Nacht hier in der Schlucht war okay. Muss ich aber nicht öfters haben. Reicht, ne? Ja. Einmal reicht. Hallo schön. Oh, du bist ja auf der anderen Seite. Da komme ich doch mal glatt rüber. Ich folge dir, Nina. Ja. Ja, wollen wir mal unsere Werkbank aufbauen und gucken, ob man aus Leder irgendwas machen kann? Ja. Oh Gott. Wo ist das Skelett? Ich habe ein Skelett erwischt. Ich kümmere mich drum. Ich kümmere mich drum. Ich kümmere mich drum. Ich höre auch eins. Du es wagst! Was? Dass du es wagst, habe ich gesagt zu dem Skelett. Ich brauche jetzt meine Werkbank hier auf. Ja, mach das mal. Hast du Leder? Ja. Ja, schön. Guck mal, ob du einen Sattel machen kannst. Ich mache hier so lange ein Feuer. Das kann man doch hier auch irgendwo suchen, oder? Ja, mit dem Rezeptbuch. Oder stell ich mich jetzt zu blöd an. Ne, da kannst du auf das Buch klicken und dann werden dir die Sachen angezeigt, die du da mitbauen kannst. Gar nichts. Gar nichts? Wenn ich da drei Leder in Handwerk rein tue, dann... Obwohl, ne, hier. Hä? Ne, das funktioniert irgendwie nicht. Keine Ahnung. Ich könnte noch TNT bauen eigentlich. Sand. Egal. So, und weiter? Ja, ich muss meine Werkbank gerade hier noch abbauen. Jetzt haben... Wo bist du denn? Da. Direkt hinter dir. Also, ich habe jetzt nicht herausgefunden, wie man das machen kann. Ja, vielleicht haben wir noch... Oder ich kann es vielleicht auch nicht machen. Vielleicht brauchen wir dann auch irgendwas anderes für. Yes. Soll ich dir wieder folgen? Ist das wieder das alte Spiel? Ja, aber nicht in die Wüste, oder? Nein, nicht schon wieder. Ich bin gerade froh, dass wir mal ein bisschen was Grünes sehen. Ja, das stimmt. Es könnte noch einen Ticken grüner sein für mich. Es ist so ein bisschen braun irgendwie, ne? So matschig. Öd halt. Ödland. Das sieht nach dem Ödland raus hier. Direkt neben der Wüste. Ist wahrscheinlich nicht sehr fruchtbar hier die Erde. Jetzt kommt Kahn der Botaniker. Ja, der Landwirt. Oh, guck mal, was haben wir denn hier für Tierchen? Kahn der Bauer. Hallo schön. Tut mir leid, ich muss nur gucken, was du abwirbst. Was? Leder, jetzt habe ich auch Leder ein bisschen. Bist du nach oben gegangen? Mhm. Gleich sehe ich. Hör, das sind ja hier Lamas oder so. Mhm. Hast du die gesehen? Mhm. Wie, der hat mich angespuckt. Ehrlich? Ja. Nein, ich habe das Babylama gekillt. Es passiert hier gar nichts, Leute. Die machen voll die witzigen Geräusche. Oh nein, ich habe die Eltern gekillt und jetzt läuft hier so ein kleines Babylama alleine rum. Das muss ich jetzt auch. Ich habe eben auch jemanden gekillt, deswegen ist das nicht so schlimm. Ich gehe schon wieder den Berg runter, ne? Ich bin so herzlos. Wo bist du denn? Oh, ich bin schon voll weit weg. Wir finden uns nicht mehr wieder. Doch, ich habe dich schon gesehen in der Ferne. Ich dich nicht. Doch, da bist du. Hallo schön. Hallo. Oh. Ist es eine Blume abgeworfen? Yes. 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 Oh, ich muss auch mal was essen. Gute Idee. Ja, ne? Ich höre was. Ja, habe ich eben auch gehört, muss ich keine Sorgen. Wahrscheinlich irgendwo hier drunter. Boah, ich habe ein bisschen höher im Anzug für so lang gehen. Schon nicht ohne, ne? Nee. Oh, schau dir das, Mann. Das sieht ja... Du hast geschafft. Wo bist du denn? Boah, guck dir diesen Berg mal an. Wo denn? Warte, komm mal, das kannst du jetzt noch nicht sehen. Ja. Guck dir mal den riesigen Berg da an. Boah. Da müssen wir jetzt unbedingt drauf, Nina. Das dauert aber. Das dauert drei Tage wahrscheinlich noch. Das wird unsere Mission. Da wollen wir nach oben. Boah, das ist ja richtig heftig. So was habe ich ja noch nie gesehen bei Minecraft. Hoppisch aus. Besteht ja aus Stein. Mhm. Ja, ne? Ne, wir können den Wasserfall ja hoch. Ah, ja. Vielleicht waren wir hier schon mal. Ne, ne? Das sind aber nicht die, wo wir da liegen. Das sah alles aus. Davon muss ich jetzt ein Foto machen. Mach alleine ein Foto. Ja, irgendwie komme ich da nicht los. Warte ich. Man kann was auch noch oben schwimmen, ne? Ja, da musst du noch ins Wasser rein. Und dann leert es, hast du einfach gedrückt halten. Ja. Ja, aber der ist doch ganz schmal nur, der Wasserfall. Stimmt. Ich gehe mal wieder auf der anderen Seite raus. Aber das geht. Geht? Ja. Das Gute ist, hier ist auch so ein Baum. Komm nicht hoch. Oh Gott, man muss natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Oh Gott. Ich bin ein bisschen... Oh oh. Also irgendwie komme ich hier nicht hoch. Komm nicht klar. Oh ja, doch. Ich komme ein bisschen oben jetzt, Nina. Ich höre irgendwas Groseliges. Ah, ein Zombie! Ja, ich bin oben angekommen ein bisschen. Ich laufe weg. Boah, das ist ja richtig hoch. Boah. Sag ich mal richtig Höhenangst, Nina, sage ich dir. Hilfe! Wo mache ich den jetzt? Ach, ich stelle mich ihm. Ich mache ihn platt. Komm her, du. Boah, ich bin ganz oben. Da ist so ein... Ah, da ist ein Dorf! Nina! Da hinten. Ganz oben ist ein Dorf? Nee, ich kann ein Dorf von hier sehen. Oh Gott, ich bin so weit oben, ne Nina? Ich nicht. Da kriege ich richtig Angst. Bin ich ganz ehrlich. Ich kann ein Dorf von hier sehen. Jetzt noch weiter nach oben. Ey, hier kriegst du richtig Höhenangst. Ich sag's dir. Oh nein, du kommst da noch wieder runter. Aber vom Feinsten, ne? Ich habe schon ein bisschen Höhenangst, muss ich jetzt gerade gestehen. Bin ich ganz ehrlich. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich hier später wieder runterkommen soll. Wo habe ich eigentlich was zum Fliegen? Ich gehe mal Oldschool zu Fuß. Ich bin einfach mal über den Wolken. Echt? So hoch? Ja. Ja. Ich bin auf dem Berg jetzt gleich. I made it! Über den Wolken. Ich glaube, wir finden uns nicht mehr wieder. Ich bin ganz oben. Da kommst du sowieso nicht hoch. Also ich bin ganz oben auf dem... Auf dem Berg? Ja. Das heißt, ich komme Ben nur über den Wasserfall. Und über den Wasserfall habe ich es irgendwie nicht hingekriegt. Ist auch ein bisschen schwierig über den Wasserfall. Was ist das? Oh, was soll ich das anziehen? Mann, ich will auch hoch. Ich darf jetzt nichts falsch machen. Keine Falsche... Also hier oben können wir auf jeden Fall... Kann ich mir mein Lager aufbauen, für später. Ich bin immer wieder aus dem Wasserfall rausgefallen, das war irgendwie blöd. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich hier wieder runterkomme, Leute. Kannst du nicht über den Wasserfall? Nein, ich weiß schon, wie es noch ist. Nein, ich will nicht rausfallen. Also die Aussicht hat sich auf jeden Fall gelohnt, Nina. Ich komme nicht klar mit dem Wasserfall. Ich drehe mich immer zu viel, weil der so schmal ist, fand ich da irgendwie immer durch. Oh, ich lasse es nie machen, ich kann das nicht. Ich gucke auch die ganze Zeit so. Es wird dunkel, ich glaube, ich muss selber es verweiten. Befürchte ich. Ich werde mir mein Bett einfach hier auf den Berg aufbauen. Dann müssen die Nacht irgendwie voneinander getrennt überleben, Nina. Ja, habe ich auch gerade schon gedacht. Ich werde mein Bett hier irgendwo aufbauen. Brauch dir einfach irgendwo dein Bett auf, wo du ein bisschen gefühlt geschützt bist. Und wenn keine Monster in der Nähe sind, kannst du sowieso einschlafen. Das ist kein Problem, Hauptsache keine Monster sind in der Nähe. Und die werden dich auch nicht über Nacht angreifen. Ich schlafe hier hoch über der Minecraft. Bist du schon am Schlafen, nein, ne? Nein, noch nicht. Ich muss mir das Haus bauen. Okay. Ich habe mich jetzt schlafen gelegt. Leute, ihr könnt natürlich in der Zwischenzeit den Daumen nach oben geben oder auch den Daumen nach unten. Wir haben hier vielleicht den höchsten Berg in Minecraft erklommen. Erklommen. Stimmt. Erklommen. Oh nein. Ich habe mich viel zu eng gebaut. Oh nein. Ich habe zu wenig Platz für mein Bett hier. Ich habe ein bisschen abgelenkt, Nina. Ich warte jetzt auf dich. Ich habe mir mein Bett zu klein gebaut. Stimmt. Jetzt fällt mir das erst auf. Erklimmt, erklommen. Macht gar keinen Sinn. Gut. Okay. Was erzählt der? Er kann kein überhaupt Deutsch? Naja, ein bisschen. Ah. Geht so. Was? Nina, du kannst ja einfach dein Bett aufbauen. Es sei denn, du bist mitten im Feld. Dann vielleicht nicht. So. Wobei das bisher vielleicht. Okay, geht. Ja? Ja. Ich schlafe schon. Sehr schön. So, super. Wir sind wach. Sehr gut. Dann würde ich sagen, geht es beim nächsten Mal weiter. Hä? Wo ist mein Bett? Vielleicht ist es weg. Ich glaube, der Wasserfall hat weggespült. Das kann sein. Ach, hast du am Wasserfall geschlafen? Ja, so. Ah ne, da ist es. Ich sehe dich da unten. Soll ich hier ins Wasser mal springen? Soll ich es riskieren? Soll ich riskier's? Yes! Es hat geklappt. Sehr gut. Guck mal, ich schaffe es sogar in dieser Episode noch zu dir runter zu kommen. Wahnsinn! Wir haben uns wiedergefunden. Wo bist du denn? Ach so, da. Ich sehe ihn. Und ich war ganz, ganz oben, Nina. Abgefahren, ja. Ich habe es leider nicht geschafft. Respekt, ne? Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Oh, guck mal, das ist ein Creeper. Ganz vorsichtig. Ciao! Ciao! Ciao!